hallo alle miteinander es ist lange nichts mehr gekommen auf dem segelohrenbob-kanal und zwar aus dem grund weil der nacht vom 17 auf dem 18 5 die edina gegangen ist ja und als sie dann gegangen ist sind wir noch mal ganz viele sachen klar geworden oder was heißt klar wie als wenn edina als schutzkatze für die gabi da gewesen ist damit meine schwarzmagischen experimente hier eine zuseher ausarten so kommt es mir mittlerweile vor also edina war ein ganz eigenständiges wesen das hat mir nicht gehört das habe ich nicht besessen und das hat hier einen super job gemacht ganz großen dank edi petzi stone und edina monsoon die hauptdarsteller von absolutely fabulous so eine serie aus england und ja am tag als sie gestorben ist habe ich praktisch den namen noch mal recherchiert und da kam mir voll die tränen weil in wirklichkeit haben sie die hauptdarstellerin edina marquette groß monsoon genannt und so ist das wetter auch jetzt hat es geklingelt